herzlich willkommen zum neuen video hier auf dem kanal henn 96 hier heute gibt es ein transfer update video beziehungsweise meine meinung zu den transfers ein neuer neuzugang wurde heute bestätigt und ein spieler wurde verkauft ich fange mit dem verkauf an florian mustia ist gewechselt zu paderborn erhält dort einen vertrag bis sommer 23 der vertrag bei 96 wäre im sommer meines wissens ausgelaufen also im sommer 22 und schließt sich so den sc paderborn an paderborn ist bekannterweise vor uns in der tabelle hat sich also praktisch mit dem tabellenplatz auf jeden fall verbessert ich schaue kurz mal nach auf welchem tabellenplatz paderborn im moment steht aber ist auch relevant dazu meine mannung dazu ist verständlich das muss die ja mehr spielzeit haben möchte ist noch ein relativ junger spieler hat sehr viel potenzial das wissen wir alle hat ein unglaublich gutes schuss einen unglaublich guten schuss wenn er in form ist ich erinnere nur an das tor gegen düsseldorf zum ausgleich in der 90 minute paderborn steht auf tabellenplatz neun mit sieben punkten mehr von uns aber ich denke mal das wird nicht der hauptgrund gewesen sein dass er wechselt der tabellenplatz sondern die mangelnde spielzeit bei 96 er hatte nämlich bei 96 nur ich meine 13 spiele und nur nur ganz wenige stammen also von einfach an hat ein tor geschossen ist tatsächlich seit dreieinhalb jahren in unserem verein wurde damals von karlsruhe für anderthalb millionen gekauft das war dabei horst hat der manager und andere breitenreiter der trainer hat gar nicht so viele spiele für uns gemacht fällt mir gerade ein also so viele waren es gar nicht die saison wie gesagt 13 ein tor gemacht insgesamt für hannover auch nicht so viele spiele gemacht 50 spiele insgesamt und paar tore auch nicht so viele mal gut gespielt dann wieder formtief gehabt also insgesamt kein großer verlust im offensivbereich die saison ordentlich ordentlich wirklich richtig gut gewesen hat immer mal ansätze gezeigt aber ich denke mal dass den können wir gut kommen kompensieren mit weiteren transfers wie zum beispiel dem transfer von centric teuchert der sicherlich sehr wichtig ist für univer 96 ich habe erst gedacht er wird geliehen von union berlin aber als ich dann gehört habe der volt gekauft bis 2024 hat er einen vertrag bekommen also auch langfristigen zweieinhalbjährigen vertrag was sehr gut ist also meine machen das ist ein klasse transfer genau der stürmer typ den wir brauchen kann zur not auch für flüge ausweichen ist ein kreativer stürmer der nicht so in der box seine stärke hat sondern er also im spielerischen sage ich mal ein perfektes pendant zu henneweiland und hinterseher die er so die box stürmer sind die koffer starten spieler sind und maxi beyer und cedric teucher teuchert er die schnellen spieler die auch über außen kommen können und die durchaus auch im dribbling ihre stärke haben auf jeden fall hätte ich nicht gedacht waren auch keine gerüchte ich finde es gut dass ein transfer mal so reibungsfrei zusammen dass markusmann den so einfach holen konnte okay wie einfach es war weiß man natürlich nicht aber torchardt wollte auch so gerne zu 96 bei union berlin hätte noch ein halbes jahr vertrag gehabt insgesamt ein guter kauf von 96 muslima gibt man ab torchardt kommt da ist praktisch die gehaltsliste auch wieder ausgeglichen einer geht weg einer kommt dazu ist ein guter transfer ablösesumme weiß man nicht so richtig so viel wird es wahrscheinlich nicht sein hat ja auch nur sechs monate vertrag gab bei union noch cedric teuchert hat insgesamt nicht ganz so viele spiele für union gemacht so wie ich das weiß hat die saison vor allem durch einsätze ist dadurch einsätze aufgefallen beziehungsweise ein wechslung soweit ich sagen entschuldigung und ist ablösefrei damals von hannover 96 gekommen beziehungsweise von schalke hannover hatte ja cedric teuchert am 2.7 2019 schon mal geholt für eine leihgebühr von 500.000 1,5 million marktwert hat er im moment immer noch also ist ausgeglichen dann die leihende am 30.6 hannover hatte meine ich eine kaufoption von anderthalb millionen kindern kocak wollte teuchert damals anscheinend nicht verpflichten beziehungsweise man hat es nicht geschafft vor anderthalb jahren dann ging er zur union berlin hat da eine saison richtig gut gespielt die letzten sechs monate eher weniger gespielt und jetzt ist er wieder bei 96 fest verpflichtet sehr wichtiger transfer sehr guter transfer für die offensive ich gehe davon aus dass noch ein mittelfeldspieler kommen wird in der verteidigung könnte man eigentlich auch noch einen innenverteidiger holen als ersatz zumindest war luka kreinz auch nicht wirklich eingeschlagen hat bisher sage ich jetzt mal das war's mit dem video bis dann und tschau